da bin ich schon wieder ja also ich habe leider gerade festgestellt dass das mikrofon etwas leise ist ich bin leider nicht der technik freak hier in der familie deswegen ja hoffe ich dass es trotzdem noch einigermaßen so ist dass ihr nicht eure boxen auf volume 100 schalten müsst also ja ihr müsst es leider so ertragen sonst muss ich die videos irgendwann noch mal neu abdrehen egal auf jeden fall habe ich ein haul ja mehrere hauls mittlerweile ich habe ja mehrere zeit jetzt keinen gemacht also aber es sind alles relativ neue sachen was habe ich mir geholt ich habe zum einen aus der essens nails in style collection le mir einmal den wunderschönen pinken mit silbernen flitter nagellack geholt also beziehungsweise ich habe ihnen geschenk gekriegt und ich finde die verpackung einfach sehr schön hier mit dem mit der faunenfeder obendrauf der ist sehr schön ich habe die anderen beiden jetzt nicht gesehen also beziehungsweise dass das anderen beiden ja also ich habe noch ich habe den hier ihr wisst gar nicht was ich meine und ich erzähle einfach hier und ich den der hier ja so changierend ist diesen dunkelblauen der hat so licht lila grünlich schimmert den habe ich auch noch und die anderen beiden habe ich jetzt nicht gesehen und ich finde die eigentlich schon sehr schön ich sag mal so der hier ist jetzt eigentlich nicht wirklich was neues der hier auch nicht so wirklich aber ich finde diese pinke farbe eigentlich ganz schön ganz nett und ich glaube das war von allen der begehrteste also das war der der glaube ich auch am ehesten weg war und was ich sehr interessant finde leute das ist ja ich weiß nicht ob ich es mal ja schon getestet habe für die leute die den haben und zwar hat der so extrem starken mini mikro glitter innen drin ich hatte den mir drauf gemacht auf die nägel und testes halber und wollte den mir abends dann wieder abmachen weil ich eigentlich was anderes drauf lackieren wollte und dann bin ich nur einmal kurz mit dem wattepad über den nagel gegangen und ich hätte es mal so lassen sollen es sah nämlich richtig geil aus weil die farbe auf einmal weg war aber dieser mikro glitter der blieb leute wer diesen nagellack hat probiert das mal aus das sieht irre geil aus also sieht wirklich geil aus ich glaube beim nächsten mal werde ich absichtlich meine nägel so so steilen in anführungsstrichen kann man das so nennen ist das neue form des teilens halb ablackiert ja ich weiß es nicht vielleicht wird das mal der neue trend oder so es sieht aber einfach nur geil aus weil diese silberne feine glitter übrig bleibt und probiert es mal aus und schreibt mir wie es findet also ich fand es phänomenal ja die beiden sachen habe ich dann habe ich noch hier das teil mit dieser transferfolie da habe ich das mit diesem ja das dingen da konnten sich ja viele nichts darunter vorstellen ich ehrlich gesagt auch nicht und zwar ist es so man hat hier einmal diese transferfolie ich habe die jetzt hier halt in diesen ja halt hier in holographisch und dazu kriegt man halt ein kleber der halt in diesem fläschchen ist und zwar geht das so man macht sich ja sein lieblingsnagellack drauf und dann kann man je nachdem wie man halt diese transferfolie drauf haben möchte hier als beispiel auf der verpackung ist jetzt halt einfach nur sind die tipps nur angezeigt aber man kann sich das so nach lust und laune machen wie man möchte falls man es hinbekommt mit dem kleber irgendwelche extravaganten muster herzustellen keine ahnung ob man das hinbekommt weil das einfach nur ein ganz normales pinselchen wie ja wie beim nagellack ist also demnach kann man da denke ich mal jetzt kein ja kann man da jetzt kein rodin drauf malen oder sowas aber egal auf jeden fall ist es so man packt sich halt an den kleber nachdem der nagellack gut durchgetrocknet ist auf die stellen des nagels drauf wo man es halt drauf haben möchte wartet drei bis fünf minuten bis der kleber halt angetrocknet ist ihr müsst aufpassen der ist sehr gut also ich bin da dran gekommen und blieb dann erstmal vor der kanne hängen und dann wird halt nehmt ihr euch diese folie und schneidet die zurecht so dass die halt über euren nagel drauf passt die ist kommt nämlich hier als so eine ganz lange schlange an und die müsst ihr euch halt noch zurecht schneiden was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen doof finde weil im endeffekt wenn man sich das mal anschaut bleibt dann nicht wirklich viel übrig also das kann man den spaß kann man vielleicht irgendwie ja zweimal mit allen zehn fingern die man hat machen und dann müsste man sich von dieser folie auch wieder neues kaufen wenn man das wirklich haargenau so zuschneiden will dass es über den ganzen nagel passt ja auf jeden fall wie gesagt habt ihr dann hier den kleber drauf packt diese folie auf den nagel und rubbelt die halt irgendwie 30 sekunden lang da drauf und nach 30 sekunden zieht ihr das ab und ähm ja dieses holographische muster bleibt halt von dem papier auf dem nagel hängen und zurück bleibt einfach nur ähm ja klarsichtfolie keine ahnung auf jeden fall klares geschenkpapier oder was das auch immer hier ist ja so läuft das ganze ab die idee fand ich nicht schlecht ich habe es auch ausprobiert es sieht es sieht gut aus das muss ich sagen es sieht wirklich gut aus das problem ist halt einfach nur ähm ja dass ich das nur einen abend lang hatte drauf hatte weil äh ich dann an diversen stellen mit meinem daumen irgendwo dran hängen blieb und ähm anscheinend schien der ich weiß nicht ob es an dem kleber lag dass der noch nicht wirklich durchgetrocknet war oder so auf jeden fall kam der kleber durch ähm nachdem die transferfolie ich ja die dann irgendwo abgeschabt hatte oder so was bin irgendwo hängen geblieben keine ahnung auf jeden fall war der kleber dann äh nockt und ähm ja und dann ist man halt überall irgendwo mit dem kleber irgendwo hängen geblieben und das sah dann halt nicht mehr schön aus man hatte dann irgendwelche flusen an an den fingern weil das halt dran klebte an dem an dem kleber und ähm es sah halt nach einer gewissen zeit einfach nicht mehr wirklich schön aus und das fand ich halt schade weil die idee ist halt nicht schlecht ne ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was ich fand die idee eigentlich ganz nett und es sah am anfang auch ganz toll aus aber äh wenn man dann die nägel hinterher im gebrauch hat ähm denke ich mal geht das sehr sehr schnell ab und besonders bei so tätigkeiten wie spülen oder aufräumen oder sowas äh also das ähm das könnt ihr dann einfach also ich finde es man kann es dann vergessen man braucht da noch gar nicht drauf machen ja meine meinung ja dann habe ich mir noch geholt ja die ballerina äh backstage von essence ist raus ähm und ich bin erst heute in den laden gekommen und was war natürlich alles wieder abgegrast bis zum geht nicht mehr äh was ich sehr schade fand weil äh ich natürlich ein Auge auf den blush ähm und die eisofles geworfen habe natürlich den ähm es heißt nicht passte kopper leute es heißt pas de coupé den pas de coupé da habe ich natürlich auch ein Auge drauf geworfen und ich hoffe dass mein Schatzi ihn noch bekommen hat bei sich im Rossmann weil ich war wirklich in drei war ich in drei ich war glaube ich in vier Läden heute also in zwei dms ein ähm ne in Rossmann jetzt nicht in Müller war ich und wo war ich denn noch doch ich glaube auch in einem Rossmann boah und es war alles abgegrast es war echt also wir hatten gott sei dank tester gehabt von den souffles was viele ja wie ich gehört habe nicht hatten ähm ja und es waren halt nur noch die tester übrig und äh die waren halt so angegrabbelt da ne das hätte ich nicht mitnehmen können dann habe ich gesehen dass die bei uns halt ähm ähm im dm noch den lipgloss das war wirklich der einzige den sie noch hatten ähm den hatte ich mir mitgenommen das ist der 02 on your gracile tiptoe tiptoe ähm den fand ich sehr schön ich finde die verpackung auch einfach genial mit dieser spitze das ist echt klasse und was ich wirklich lobenswert finde ist äh dass ähm es ein ähm ein pinsel applikator hat das ist ja das was ich auch beim letzten mal schon bemängelt habe beziehungsweise wo ich gesagt habe leute da müsste man müsste man mal was machen äh weil wenn ich an diese stay on glosse oder sowas denke hier dieser my favorite milkshake oder wie die teile auch immer heißen wo ich da den applikator gesehen habe habe ich gedacht mich laus der affe was ist das denn bitte ähm ja und ich glaube da sind viele meiner meinung dass das nicht wirklich gut gelungen war ja wie gesagt es gab nur den und beim hinausgehen habe ich in einer ganz versteckten ecke auf einmal noch alle drei lipglosse von jedem einen entdeckt die halt in irgendeinem komischen display standen was eigentlich gar nichts da zu suchen hatte und dann habe ich mir natürlich noch den 01 wear your little tutu mitgenommen weil ich die farbe einfach äh die ist einfach sehr sehr schön ich finde die wunderbar und ähm ja die sachen habe ich mir mitgenommen und ich hoffe natürlich schatzi bitte melde dich bald ich will wissen ob du die anderen sachen gekriegt hast weil auf die souffle klamotten bin ich wirklich sehr sehr gespannt auch auf den blush auch wenn der ähm ja ich sag mal so zu 80 prozent eher negativer natur äh behandelt wurde sage ich jetzt mal so aber ich bin da trotzdem sehr gespannt drauf dann habe ich noch was entdeckt und zwar nennt sich das flash gloss shine on von ich weiß jetzt nicht ob da hier nur lipgloss draufsteht oder ob das halt die marke ist irgendwie sowas no name mäßiges ist mir ich glaube sowas gab es vorher noch nicht die hatten da halt so ein ständer da also eine palette da stehen gehabt ein lipgloss den ich sehr sehr schön finde den habe ich auch gerade drauf finde ich sehr phänomenal hat knapp vier euro gekostet also 3 95 hat hier so ein kleines spiegelchen hallo hat ein kleines spiegelchen und erstmals die farbe hammer geil ich liebe die einfach weil die ist so schön natürlich das ist so ein schöner nude ton mit nude ton mit ganz feinem schimmer aller ja ich finde gerade meinen lippenstift nicht wie den einen von essens den ich so ach essens katrice die nicht so toll finde tschuldigung ich muss noch etwas trinken ich hatte jetzt gerade irgendwas im halse auf jeden fall den finde ich halt ich liebe halt diese farben die sind wunderschön müsst ihr euch unbedingt mal angucken also die gibt es halt momentan bei dm und das tolle ist die heißen halt flash gloss nicht umsonst weil die ein led licht also beziehungsweise zwei led lichter hier haben und das ist natürlich das ist natürlich wunderbar besonders in verbindung mit dem spiegelchen um sich den zu applizieren und ich finde das einfach hammer geil ich finde diese idee cool ich habe da mit meiner arbeitskollegin angesteckt obwohl die eigentlich nicht auf lipgloss mit schimmer steht und die war da so begeistert von dass sie sich den auch geholt hat dazu kommt dass der unglaublich toll also die farbe ist wunderbar hat diesen ganz normalen applikator finde ich auch sehr gut mit dem komme ich am besten zurecht neben den pinselchen dass der der riecht unglaublich toll nach erdbeermilchshake also so eine mischung aus erdbeermilchshake und hubba buba kaugummi also klasse ich liebe den geruch ich liebe den geschmack die farbe ist wunderschön das tragekomfort ist sehr angenehm ist zwar leicht klebrig aber ich finde es jetzt nicht aufdringlich also ich finde es sehr im rahmen weil ich mag es auch wiederum nicht wenn ich zum beispiel was drauf mache und ich gar nicht merke dass ich was drauf habe ich in gewisser hinsicht muss ich schon was spüren dass da was ist weil sonst pinsel ich mir nach und nach und nach und nach und dann hinterher habe ich so eine lippe und ne das sollte ja auch nicht sein also wie gesagt mein geheimtipp liebe ich abgöttisch jetzt schon dann war ich bei mac und habe mir ganz standardmäßig was heißt standardmäßig ich habe es endlich mal geschafft mir den kohl eicol den smolder zu holen den wollte ich schon immer haben und heute bin ich endlich dazu gekommen ihn mir zu holen und ich habe ihn auch schon drauf gemacht ich bin so begeistert ne also absoluter favorit jetzt schon ich weiß gar nicht warum ich den mir nicht schon eher geholt habe dann super süß ich habe nach dem miss gefragt von mac der ist momentan super schwer zu bekommen der ist bei uns ausverkauft und wundert mich überhaupt gar nicht dafür habe ich ein trostpflaster bekommen wurde mir mit in die tüte eingepackt das fand ich da war ich also da kann man ja alles andere in die tonne kloppen dagegen ich war so begeistert und zwar habe ich einen hello kitty lipgloss bekommen oh nein ich bin so begeistert wo hatten die den noch also wo ich gehört habe dass es hello kitty le's gab oder ich glaube ja mittlerweile gab es da schon mehrere das war einfach nicht meine zeit da kannte ich damals mac noch nicht deswegen ist das einfach an mir vorbeigezogen und ja weine dem immer noch hinterher dass ich es nicht eher entdeckt habe und ich bin einfach so total begeistert da ist sie also wunderbar die farbe hat was von dem fortabulous von dem dazzle glass und ist einfach wunderschön hier steht fast friends ich weiß jetzt nicht ob das irgendwie die farbe sein soll keine ahnung auf jeden fall ich bin so begeistert ich finde das so niedlich also da die hätte mir weiß nicht zehn andere lippenstifte reinlegen können ich hätte mich nicht so über die gefreut wie über das teil hier also hammer hammer mäßig also echt dann habe ich noch halt bei kiko gemacht und da habe ich mir einmal was ich schon immer haben wollte das matt fluid geholt hatten sie diesmal sogar wo ist der bon runter gesetzt gehabt das kostet glaube ich irgendwas normalerweise um die elf euro elf euro zwanzig oder also über elf euro und hat nur acht dreißig gekostet und da habe ich mir gedacht das nehme ich auf jeden fall mit da freue ich mich auch sehr schon drauf das zu guter benutzen dann habe ich mir ein cream eyeshadow geholt weil die momentan nur ein euro kosten bei kiko und ich habe mich für die farbe 02 entschieden hat die überhaupt irgendwie einen namen oder sowas cream eyeshadow 02 auf jeden fall auf jeden fall das ist der ähm der weiße weil mir fehlt irgendwie noch so eine weiße weiße base und äh das fehlt mir irgendwie noch und Orion du nervst geh runter ab ab komm komm ruhig dich und lauf mir nicht vor die linse auf jeden fall sehr schön zarte textur ist auch leicht schimmrig und äh und äh ja als base einfach mal ausprobieren ich dachte mir für einen euro kann man da bestimmt nichts falsch machen und äh die herzform finde ich einfach äh finde ich sehr süß und dann habe ich mir noch geholt ein eye pencil und zwar die farbe 408 ja geht halt auch mal auf und zwar bin ich momentan total total begeistert und gucke es mir sehr sehr oft an das neue äh äh video von michael fan und diesen blauen kajal den sie sich hier auf die untere wasserlinie macht da der sieht so geil aus und mir ist aufgefallen dass ich gar keinen blauen habe und da habe ich mir dann äh den hier geholt ist sehr schön weich lässt sich gut auftragen ja und ich bin einfach mal gespannt das ist jetzt mein erster äh kajal von kiko ich werde mal austesten wie die sich so verhalten und dann äh gebe ich euch am besten nochmal bescheid also das ist glamorous eye pencil äh 408 hm ja 408 die haben noch zwei andere blautöne gehabt aber ich wollte jetzt natürlich so einen schönen so einen strahl blau haben und habe mir den mitgenommen deswegen werde ich einfach mal gucken ja wie der sich so verhält und ähm ja das war es jetzt mit schminki schminki das war mein haul und äh ja ich hoffe ich habe nichts vergessen und selbst wenn dann habe ich jetzt pech gehabt egal bis dann tschüss ja 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 ja